Ich muss euch was erzählen, aber ihr müsst versprechen, dass ihr nicht lacht, okay? Nein, das stimmt, sicher. Also in der Nacht der besagten Empfängnis standen wir uns nackt gegenüber. Und wir sagten uns schweinische Sachen und ich wurde ein wenig zu sehr erregt. Sie steht auf Dirty Talk. Nein, ich. Ich merke, dass die Ladies dadurch heiß werden. Aber gelegentlich werde ich selbst davon gepackt, besonders wenn ich verschiedene Stimmen benutze. Das stimmt. Jedenfalls kam es zu einem unerwartet einsetzenden Beschuss. Und auch wenn ich dabei keine Gelegenheit hatte, ins andere Lager einzudringen, so erfolgte doch ein Luftangriff auf eine der umliegenden Regionen. Jedenfalls war ich in der Gynäkologie und hab die Mädels gefragt. Und die sagten, es wäre nicht ungewöhnlich, dass eine Frau schwanger wird. Selbst ohne eine tatsächliche Penetration. Du willst uns also erzählen, dass du gar nicht mit ihr geschlafen hast? Nein, ich hatte kein Kondom. Und wir beschlossen nicht, miteinander zu schlafen, weil, und das ist das Schönste, ich nicht wollte, dass sie schwanger wird. Und ich muss mich nicht mehr wissen, dannamo das Fifa. Sag an. Sjosa ist. W cassBian mit denen. Fissel hat das,所 und aussch Bash. Sag an einen, witzig. Sag an. Sag an. Sag an. Sag an. Sag an.